Hi, mein Name ist Victor Wall und meine Rolle bei Hewlett Packard Enterprise ist es, unsere Kunden mit einer Cloud-Strategie allumfassend zu beraten. Das kann schon sehr lösungsspezifisch oder auch sehr strategisch sein. Deswegen würde ich mich als Mr. Cloud hier bei HPE bezeichnen. Wenn man unsere Unternehmensgeschichte betrachtet, dann sieht man, dass wir jahrelang Technologie erfunden haben, die die Welt bereichert hat. Mit unserer neuen Strategie möchten wir jetzt nicht nur Technologie erfinden, die die Menschen dann einsetzen können, um die Welt zu verändern, sondern wir möchten mit dem richtigen Service die Welt verbessern. Mein Arbeitsalltag ist geprägt durch Vertrauen und Entwicklungsfreiheit. Vertrauen, relativ einfach erklärt durch die flexiblen Arbeitszeiten, unserem neuen Konzept Edge to Office, wodurch wir von überall aus arbeiten dürfen, aber auch unserem Wellness Friday zum Beispiel. Aber die Entwicklungsfreiheit möchte ich insofern betonen, dass ich stets das Gefühl habe, mich in alle Richtungen weiterentwickeln zu können. Für mich konkret bedeutet das, dass ich nicht in meinem Cloud-Umfeld gefangen bin, sondern ich kann mich auch gerne in weitere Technologien einlesen, wie Container, künstliche Intelligenz, Internet of Things und, und, und. Das heißt, ich kann auch in diesen Bereichen zum Experten werden. Außerhalb meines Corejobs hier bei HPE habe ich mir eine Fußballtrainer-Kapitänsrolle angeeignet, weil ich nach Feierabend Fußball-Events für uns organisiert habe, sodass wir uns noch schön austoben konnten. Darüber hinaus betreue ich auch noch Studierende, weil ich selber auch mal Student hier war und es ganz wichtig finde, meine Erfahrung, mein Wissen an die neue Generation weiterzugeben. Warum ich bei HPE arbeite? Ich hätte mir ehrlich gesagt niemals vorstellen können, dass ich einen klassischen Bürojob mal so cool finden könnte. Das könnte hier aber daran liegen, dass wir tolle Kollegen haben, ein cooles neues Office und dann auch die HPE-Kultur. Aber letzten Endes liegt es hier wahrscheinlich am Gesamtpaket, das diese einzigartige HPE-Experience erzeugt und mich zufriedenstellt. Deshalb ganz kurze Antwort, why not?